Ich muss das sehen, weißt du? Wo ich sagen könnte, gut, ich kann es verstehen. Ja. Wir sind ja noch in den 20er-Bereich drin, das heißt, wir müssten sowieso instant eigentlich Lobbys bekommen. Im Normalfall ja. Im Normalfall ja. Ja, ich merke schon, Chidori hat schon Spaß mit meinen Demots. Ganz freut mich. Was? Du bist ein Vogelschidori, ehrlich. Ich liebe es, mich zu wiederholen, aber ich mag diesen Musiksender. Echt? Mein Musiksender, den ich immer laufen lasse in der Badezähne. Ja, klar. Ich höre mich nicht gern selber. Ich würde sagen, wir warten jetzt noch bis 55 und dann, wenn wir dann nichts gefunden haben, dann muss ich leider alleine weiterspielen. Schade. Ja, ich okay. Normal, ja gerne, SWF. Habe ich ja extra gefragt eben. Was muss ich machen, ob ich mehr Emotes bekomme? Du kannst Fragen stellen, also dazu wüsste ich Twitch-Partner werden. Dann hätte ich auch Anspruch auf mehr Emotes. Oder du fängst halt selber an zu streamen. Oder, äh, Better than Rich TV, da hast du auch noch ein paar Emotes mehr. Da kommt ja ab und zu bei mir im Stream der Link rein. Ja, ich glaube vom Twitch-Partner bin ich noch eine ganze Ecke entfernt, du. Ja, also mit 100. 168 Followern kommst du nicht weit, als Twitch-Partner. So, perfekter Umschwung, Lead vorbei und wir können in die Runde starten. Nice. Wir haben Lobby. Wir sind sogar schon in der Runde. Ja, ich hab, ich, ich, ich war gerade auf Facebook unterwegs. Wow. Da flitzt ja lieber auf Fazerburg rum, ich glaube sowohl nicht. Ja, wenn du da wieder richtig übliche Mist hast. Aber irgendwas, was Produktiv ist, ist immer so. Okay, jetzt muss ich uns hier doch wieder ein bisschen leiser stellen. Er ist mal blöd. Oh, ich bin raus. Tschüss. Lass auskommen. Nö, nö, zweit. Meine Ecke. Hehehe. Guck dir das mal an, das ist schon echt übel, wenn du da mit dreiem anderen Gen sitzt. Vor mir doch einer Dingskist hat. Ja, wenn auch Anführer dabei ist, ist es schon echt übel. Oh ja. Na gut, Dings zu dritt ist ja in Ordnung für dich, aber alleine ist es auch schon ganz schön heftig, mö. Ah, um die Oschi. Jo, hi here. Sie kommt. Oh. Oh, der war wohl nix süßer. Bei dir hört man gut den Hintergrund. Sorry. Und schon wieder. Na, das ist gerade sorry. Ich möge mich. Alles klar. Komm, Tücher. Oh, was ist denn da next? Alle verbraucht. Kein gelogen. Oh, schön abgeschmiert. Das ist die Frage, wo ist der Keller? Ist der im großen Haus oder ist der im scheiß Haus? Ah, ich hab gar nicht. Ich war ein bisschen. Okay, hier ist nicht. Ich wollte eigentlich noch blocken, aber ich wusste jetzt nicht, wo sie genau hinwollte. Leute. LoL. Der Hit. Da legen wir auf. Oh, mal ne falsche. Vor allen Dingen, wie die getroffen hat, ne? Die hat durch den Stein getroffen. WTF, ey. Und blind ist die auch noch. Ja, sie hat gehört, wie ich mich gehalte habe, beziehungsweise gefällt habe beim Heilen. Woop. Ja, mein Gott. Hauptsache, gesaved. Ja, das hier. Ah, Keller ist hier im Scheißhaus. Hab sie nur ausgeholt? Wow. Trillier, was machst du denn? Jetzt war sie schnell. Jetzt war sie richtig schnell. Es wurde übrigens der Keller bei mir. Ja, das mache ich auch gerne. Nochmal. RIP. Ich hänge hinten. Okay. Irgendwie. Ich brauche dringend mal ein neues Haus. Ei, ei, ei. Tü, tü, tü. Jop, genau. Da trifft's gerade. Ja, sie sind immer noch hier. Ich weiß. Ich hab, ich will nicht reinlaufen, weil ich weiß, ob die den... Geh mal weg, die Blute. Nice. Boah, die Käpt'n hier ab, würd ich sagen, ne? Ich langt, ich leg's mal weg. Oh, ich kotzt mich das an. Oh, mei. Ist halt so. Oh, hoppala. Hoppala, sagt er. Aua. Aber ich schau nicht, da war. Ja, ich hab's gesehen. Ja, second stage, schade. Oh, Leute. Tut mir voll leid. Alles gut. Oh, was hat die direkt neben den Stein gehauen? Also richtig so schön auf den Stein geschliffen und dann auf mir ins Kreuz rein. Ja, ich sag ja auch, die Axt eben von ihr ist auch ziemlich, ziemlich interessant geflogen. Ja. Durch den Stein auf mich drauf. Also, manchmal sind die jetzt bei ihr echt ein bisschen kurios. Ja, das ist wie die, die du mal sitzt, zum Beispiel beim Geist oder so, weißt du, das ist genauso. Wo du denkst, der dürfte doch gar nicht treffen. Ja, oder der müsste normalerweise treffen und trifft nicht. Ja. Jemand bei dir? Hm, nicht wirklich. Der knackert mich. Oh, da ist er. Oh, wow. Er hat doch gar nichts getan. Nur die bleibt jetzt gesichert. Ich habe gegen Facecam die geil. Ich habe gegen Facecam die geil. Lauf. Mehr konnte ich jetzt nicht mehr tun für sie. Für ihn. Also, instant mal gerade eben so zwei Stacks. Läuft. Oh mein Gott, genau. Yay, ich sehe wieder was. Ich habe wieder Farbe. Ich will dir auch was helfen, blöde Kuh. Lauf jetzt durch. Lauf. Wie sollte ich jetzt die angeblendet? Äh, mal eine Frage, hat sich eigentlich, sind die Partys immer noch weiterhin drin im Blut? Ja. So, ja. Ja, okay. Dafür war ja dieses Event, wo du wieder irgendwie so und so viele Blutpunkte machen musstest, damit die drin bleiben. Ich weiß, aber ich wusste nicht, ob wir das C erreicht hatten. Ähm, jep. Wurde erreicht. Geh doch nicht weg, Trude. Halt dich alleine. Aua. Ich habe gar nichts getan. Ach, mir fehlt echt Empathy. Erstmal ohne Flachs, ne? Äh, die Partystreamer. Shidori. Ähm, das sind so diese 100% Dinger, die jeder reinschmeifen kann. Das gibt dann, ähm, für jeden 100% mehr Blutpunkte. Kann, können alle reinschmeißen, Killer sowie Survivor. Hey. Link ausgang. Oh, ich muss weg. Lauf. Maggie, lauf. Ja, wenn alle 5 das reinpocken, ne? 500 Punkte. 500% mehr Blutpunkte. Das kann sich sehen lassen. Also, wir stehen am Ausgang. Beim Scheißhaus. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Andere Ausgang, okay. Ich brauche eine neue Erkiste. Ihr könnt, also ich bin mit safe. Okay. Dann gehen wir mal raus. Ja, wie gesagt, letztes wollte ich ja noch reinschmeißen, Shidori. Aber, da war's dann, da war dann die Zeit leider schon abgelaufen. Und ich habe gerade ziemliche FPS-Drops. Oh mein Gott. Und das im Ablaufbildschirm. Ernsthaft? What the fuck? Jaa, Entschuldigung. 17k. Ich hatte noch 4 Stacks. 4 Stacks, das sind nur 35. Haben die den genervt? Kann das sein? Warte mal. Ne, 200%. Ne, alles gut. Ja, es tut mir leid, Shidori. Beim nächsten Mal auf jeden Fall. Weißt du doch. Hab ich doch gesagt. Ich habe ja auch, bei ihr müsste ich ja jetzt auch Party-Streamer, glaube ich, haben. Nö, immer noch nicht. Komisch, das ist, glaube ich, die Einzige, die kein Party-Streamer hat. Für dich mache ich dann extra einen Char ein, denn...